Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und willkommen zurück bei Skullender Giants mit meiner Schwester und Skullender und wir machen wieder Duell und wir machen die, die ist ganz schön so, hier war's ja und wir haben Erde, Haustiere, also Drachenartmäßige und keine Giants wieder einmal haben wir die gleichen, nur dass sie grün hat, genau, ich hab grün und gold und meine Schwester hat lila und blau, glaube ich, oder pink du musst A drücken ich war's wow tolle Ansage okay ja, wissen wir gibt's irgendwas anderes da noch? nein okay gefallen gibt's gefallen gibt's dann diese Kanone, ja ja, stimmt ach so heilige Scheiße ach so heilige Scheiße huch ach so ich hätte gerade auch gar nicht jetzt reingegangen wann kann ich auch Heine nehmen? äh du äh ich nicht Leute ich hätte auch die Heile verbessert scheiße ne wow Ja, ja, ja. Was war das? Du hast mich rausgekickt. Ich wollte wie er nach vorne ging, aber nicht weil ich war hinter der Grenze, war aber auf der Grenze drauf. Oder bist du noch ein Trägern oder wie? Ja genau. Okay. Gut, ich zieh schon mal. Genau. Und? Hast du mal die Haustiere gezogen? Alles klar Haustiere. Okay. Auf jeden Fall Haustiere. Und? Leben. Oh, dann musst du den Giant davon nehmen. Nein! Boss. Ja, dann musst du ab. Was machst du? Das war das Haustiere, ne? Ja. Camo ist dein einziger. Achja. Ich finde ihn etwas gruselig mit den Augen. Sieht aus wie so ein Dinosaurier irgendwie. Jetzt kommt der erste Giant. Und? Ach ja. Ich hab ihn noch in Zylinder aufgesetzt. Ich finde das spannend. Ach du heilige Focke. Was war das? Ach du heilige Focke. Was kann er alles? Warte, ich muss gucken was er kann. Ähm. Und? Okay. Deckung! Lass mich gefällig in Ruhe. Ich seh mich immer nie. Warte, ich bin hier rausgesprungen. Oh. Cool. Bam, 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 bam. Jetzt bin ich wütend. Ich hab keine Ahnung, wie ich gegen den Fettbein so ankommen will. Oh Gott, das war knapp. Nein! 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 Ja! Was? Schnell weg hier! Ich komm hier rein! Wo rennst du denn hin? Wer von dir? Was kann ich denn eigentlich noch? Ach ja? Ich hab doch meinen treuen Vogel ja noch, der dich auch angreift. Nein! Keine Zeit für Heilung! Das bringt mir sowieso nichts hier. Ich bin cool. Hrrrrr! Ha! Wieso macht er diesen B-Angriff nicht? Welchen Werngriff? Diesen B-Angriff, dieser Flanken da. Hat er doch immer. Nein. Oh jetzt, aber vorhin nicht. Jetzt geh doch mal! Mann! Hä? Was? Oh! Und dann ist das Loch gefallen. Und dann läuft sogar. Mann! Was?! Scheiße! Gewonnen! Tausend für hundert und sechze! Okay, wir hatten noch viel langen. Wie lange haben wir? Drei Minuten haben wir gespielt! Okay, alles schaffen wir noch! Schnell sitzen! Wasser! Giant! Äh, wo ist da? Haustür! Wasser Haustür! ZAP! Jetzt bin ich mit dem Giant dran! Den haben wir gar nicht keinen drauf gesetzt. Der... 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 Meint der... Beach oder Bitch? Grab auf der Bitch! Du bist so... Alter Schwede! Du bist so... Alter Schwede! So! Dickerchen in dein Haus! Was ist los? Das wird kommende Eilen! Den Dickerchen! Ich kann da eigentlich überhaupt noch! Alles gut! Alter! Alter! Bist du aggressiv? Ich bin ja auch dein Chef! Nimm mich! Soll ich nochmal auf Z? Achja, diese Welle! Wow! Prüme Ballerina! Ich hab Angst vor dir! Zu gutem Grund! Hört sie nicht los! Wieso hat er nicht den Angriff gemacht? Nein! Ich hab noch extra noch! Er hat nur unsere Eierriffen! Sag Glückwunsch helfen! Ja! Okay, jetzt müssen wir auch wieder Schluss machen! Immer nur zwei Kämpfe in einem Video! Drei Kämpfe! Du hast einmal gewonnen und ich hab's auch noch! Okay, dann tschüss! Tschüss!